Das Salzburger Nachtstudio Unser Leben ist zu kurz, um absolute Positionen erreichen zu können. Ich schätze an Odo Marquardt seine Frische, seinen Skeptizismus, seinen ironischen und auch selbstironischen Umgang mit der Philosophie und den Fragen unserer Welt. Ich habe Odo Marquardt kennengelernt als eine schillernde Persönlichkeit, ein melancholischer Mensch mit einem heiteren Gemüt, ein wertkonservativer, mit einer sehr liberalen Einstellung. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass die bürgerliche Gesellschaft zu verteidigen wichtig ist. Ich würde sagen, Odo Marquardt ist der exemplarische Pluralist, der exemplarische Skeptiker, der exemplarische Historist und der exemplarische Stilist unter den deutschen Gegenwartsphilosophen. Lob der Skepsis Der Philosoph Odo Marquardt und die Rettung des Bürgerlichen Von Günther Keindelsdorfer Anfang der 1980er Jahre postulierte er den Abschied vom Prinzipiellen. Odo Marquardt, 1928 in der hinterpommerschen Stadt Stolp geboren, gehört zu den einflussreichsten Vertretern der modernen philosophischen Skepsis. Am 26. Februar feiert der Philosoph seinen 85. Geburtstag. Ich sage ab und zu, Skeptiker sind nicht die Professoren der Ratlosigkeit, sondern Skepsis ist der Sinn für Gewaltenteilung. Diese Grundhaltung hat Odo Marquardt jahrzehntelang auch als Hochschullehrer vertreten. Als hoch angesehener Professor für Philosophie an der Universität Gießen. Ja, ich habe ihn kennengelernt im ersten Semester meines Studiums. Das war im Sommer 1978. Ich kenne ihn also jetzt genau 35 Jahre. Franz-Josef Wetz, Marquardt-Schüler und Philosophie-Professor an der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch-Gmünd. Erlebt habe ich ihn anders, als man vielleicht es vermutet. Man denkt ja, Odo Marquardt, das ist ein witziger Philosoph mit großem Esprit. Das ist er im Umgang eigentlich so gar nicht. Er ist ein sehr ernster Philosoph, der eine große Distanz zu seiner Umgebung aufbaut, auch zu seinen Schülern. Der sich aber dadurch auszeichnet, dass er immer sehr freundlich, sehr nett ist. Odo Marquardt, Jahrgang 1928, ist Angehöriger der sogenannten Flak-Helfer-Generation, wie Martin Walser, wie Günter Grass und Hans Magnus Enzensberger. Die prägenden Jahre seiner Kindheit und Jugend hat der Philosoph im Dritten Reich verlebt, und zwar an exponierter Stelle. In einem seiner Essays schreibt Marquardt, Ich war von meinem zwölften Lebensjahr an, ab April 1940, nicht auf einer normalen Schule der Nazizeit, sondern auf einem extrem politischen Nazi-Internat. Einige Kundige werden jetzt sagen, aha, Napola. Das steht zwar einstweilen so über mich im Munzinger Personenarchiv, es stimmt aber nicht. Es war nämlich noch viel schlimmer. Ich war auf einer Adolf-Hitler-Schule, zunächst in Sonthofen im Allgäu und dann in der Falkenburg in Hinterpommern. Das waren sogenannte Ordensburgen. In denen Odo Marquardt als sogenannter Ordensjunker bis März 1945 nach allen Regeln der NS-Pädagogik gedrillt und indoktriniert wurde. Der Tendenz und der Absicht nach ging es um die Politisierung von allem und jedem, insbesondere auch des Unterrichts. Wichtigkeit des Sports, auch als Wehrertüchtigung, Jugendbewegung, Elitenbildung, Führerprinzip, Ablösung der bürgerlichen Bildungsschule durch Erziehung zum völkischen Aufbruch, Volksgemeinschaft, aber zugleich Isolierung von ihr durch das Internat. Du bist nichts, dein Volk ist alles. Also Erziehung nicht zum Bürger, sondern revolutionäre Erziehung zum Nazi-Idealisten. Er habe die NS-Ordensschule, so Odo Marquardt später, mit 17 verlassen. Solide ausgebildet, einzig in Weltfremdheit. Kurz vor der finalen Niederlage des Dritten Reichs wurde der junge Mann noch zum Volkssturm eingezogen. Im Mai 1945 geriet Marquardt in amerikanische Kriegsgefangenschaft. Herr Stiller, das in autobiografischen Texten so, dass mit dem Ende des Nationalsozialismus eine radikale Desillusionierung stattgefunden hat, bei diesem eben Elite-Schüler, der dann noch in den letzten Tagen des Krieges im Volkssturm war, noch in Kriegsgefangenschaft geriet und nach dem Krieg gewissermassen vor einem Scherbenhaufen seiner eigenen Existenz stand. Andreas Ur-Sommer, Odo Marquardt-Bewunderer und Professor für Philosophie an der Universität Freiburg. Wenn Sie wollen, können Sie seine ganze Philosophie, also seine Reaktion auf diese schulische Prägung verstehen, die eben eine Überideologisierung war. Entsprechend die allergische Reaktion gegen jede Form von Ideologien seiner späteren Philosophie, die natürlich auch gegen die Ideologien von links sich gerichtet hat. Es ist ja auffällig in seiner Philosophie immer wieder die Auflehnung gegen alles Revolutionäre, Totalitäre, Absolute. Alles Prinzipielle, alles Grundsätzliche, das ist ihm alles verdächtig. Er ist in der Hinsicht ein Philosoph des Fragments, des Relativen, der Einzelheiten, des Bunten, niemals des Einheitlichen. Und das hängt mit Sicherheit mit dieser Erfahrung zusammen, in der alles auf eine Einheit hin, Totalitär ausgerichtet war. 1957 veröffentlichte der Soziologe Helmut Schelsky sein berühmtes Buch »Die skeptische Generation«. Schelsky zeichnete die deutsche Nachkriegsjugend als politisch desillusioniert und durch und durch pragmatisch. Odo Marquardt darf als typischer Angehöriger dieser skeptischen Generation gelten. In seinem Aufsatz »Abschied vom Prinzipiellen« erinnert sich der Philosoph. Die Wende zur Skepsis war für jene Generation, zu der ich gehöre, nicht das Aussergewöhnliche, sondern das Normale. Aussergewöhnlich war nur, dass ich mit dieser Wende zur Skepsis unter die Philosophen geriet und dann auch noch bei ihnen blieb. Denn Philosophie als Studium, das bedeutet, damals wie heute, in aller Regel nicht den Beginn einer erfolgreichen Karriere, sondern den Beginn einer persönlichen Tragödie. Also ich war gerade 17 geworden, als der Krieg aus war. Ich habe an dieser skeptischen Generation teilgenommen, habe ihr zugehört. Und Schelsky hat sie so beschrieben, dass er sagt, das war eine sehr desillusionierte Generation, die also sich Ideologien nicht mehr vormachen lassen wollte und die darum in besonderer Weise praktisch zupackend war und lebenstürchtig. Und ich würde sagen, bei mir stimmt ungefähr jede Charakteristik, die Schelsky da gegeben hat, nur nicht lebenstürchtig. Viele Persönlichkeiten, die auch die politische Geschichte der Bundesrepublik Deutschland geprägt haben, lassen sich der skeptischen Generation zurechnen. Von Ralf Darendorf über Hans-Dietrich Genscher bis hin zu Helmut Kohl. Diese skeptische Generation, wie Schelsky sie beschreibt, hat in der Tat den einen oder anderen prominenten Repräsentanten, gerade im liberalen politischen Feld. Sie haben es angesprochen mit Genscher oder mit Darendorf. Andererseits aber ist diese skeptische Generation in der Philosophie eigentlich nicht wirklich mit Ausnahme Odo Marquardts wirkmächtig geworden. Also es gibt eigentlich außer Odo Marquardt kaum einen Philosophen, der das Lebensgefühl der skeptischen Generation, wenn es die denn je gegeben hat, auch philosophisch so vehement vertreten konnte wie Marquardt. Odo Marquardt agitiert nicht in den funkelnden kleinen Essays, aus denen sich sein philosophisches Oeuvre zusammensetzt. Er raunt nicht, er metaphyselt nicht, er sei, sagt er von sich selbst, ein Spezialist für Irrtümer. Marquardts Denken lässt sich verstehen als radikale Absage an alles Totale, Eindeutige, Prinzipielle. Nicht nur in der Philosophie. Skepsis aber ist der Sinn für Gewaltenteilung. Der Zweifel der Skepsis ist, wie das Wort Zweifel es sagt, das ja mit der Zwei die Vielheit enthält. Justament jenes Verfahren, das zwei gegensätzliche Überzeugungen in solcher Art aufeinanderprallen lässt, dass beide dadurch so viel an Kraft einbüßen, dass der Einzelne als lachender oder weinender Dritter von ihnen freikommt. Und was dieser Art durch zwei Überzeugungen passiert, gilt erst recht von mehreren Überzeugungen. Jede distanziert den Einzelnen von den jeweils anderen. Und was von Überzeugungen gilt, gilt ebenso von anderen Gewalten, Tendenzen, Größen der Realität. Es ist für die skeptisch geltend gemachte, das heißt endliche Freiheit, wesentlich, dass stets nicht nur eine, sondern pluralistisch konkurrierend, einander durchkreuzend und dadurch wechselseitig einander balancierend eine Mehrzahl solcher Potenzen wirkt. Die Skeptiker sind gar nicht die, die prinzipiell nichts wissen. Sie wissen nur nichts Prinzipielles, schreibt Odo Marquardt. Die Skepsis ist nicht die Apotheose der Ratlosigkeit, sondern nur der Abschied vom Prinzipiellen. Indem er Abschied nimmt vom Prinzipiellen, reiht Odo Marquardt sich ein in eine altehrwürdige philosophische Tradition. Die europäische Skepsis geht zurück auf den antiken Philosophen Pyrrhon, wie der Marquardt-Schüler Franz-Josef Wetz erläutert. Dieser Pyrrhon von Elis, der vertrat eben eine Position der Gleichwertigkeit aller Meinungen, weshalb man im Grunde sich zu keiner der Meinungen bekennen könne, weshalb man auch die Suche nach der endgültigen Wahrheit einstellen solle. Und jetzt kommt aber eine spezielle Pointe in diese Philosophie hinein, die Marquardt sehr gut gefiel. Nämlich, weil das so ist, empfiehlt der Pyrrhon, weil man die endgültige Wahrheit nicht feststellen kann, empfiehlt er dann sich mit den Konventionen, mit den Üblichkeiten und Institutionen, die nun gerade da sind und die sich offensichtlich irgendwie bewährt haben, aus dieser skeptischen Position heraus eben den Anschluss zu suchen, zu dem, was eben gerade zufälligerweise gilt, sofern es sich bewährt hat. Und das passt nun zu dieser doch von Marquardt auch sehr stark vertretenen konservativen Position, also Skepsis und Konservativismus ist aus dieser antiken Sicht heraus durchaus miteinander vereinbar und in seiner Person wird es auch hergestellt, diese Verbindung. Es sind aber nicht nur antike Positionen, auf die sich Odo Marquardt beruft. Auch Montesquieu, Montaigne und andere Denker des französischen Moralismus waren prägend für eine Philosophie, die man als durch und durch relativistisch bezeichnen kann, wie der Wiener Marquardt-Verehrer Konrad Paul Lissmann erklärt. So gesehen ist die Skepsis des Odo Marquardt auch eine Skepsis gegenüber all jenen zeitgeistigen Strömungen, die eben so sehr schnell mit endgültigen Wahrheit, mit endgültigen Urteilen über den Zustand der Welt zur Hand waren. Seine Skepsis richtete sich dann gegen jene Philosophie in seiner Zeit, die so von unverfrüglichen Wahrheitskonzepten getragen waren, zum Beispiel die vom Neomarxismus inspirierte Geschichtsphilosophie seiner Zeit, das Fortschrittsdenken, das glaubt genau zu wissen, wo das Ziel der Geschichte landen wird. All diesen Konzepten gegenüber war Odo Marquardt skeptisch. Bei den Salzburger Humanismusgesprächen 1984 legte Odo Marquardt in bewährt eloquenter Weise Zeugnis ab von seinem skeptisch-pluralistischen Blick auf die Welt. Es ist also als Freiheitswirkung zuträglich für den Menschen viele, mehrere Überzeugungen zu haben, nicht gar keine und nicht nur eine, sondern viele. Und zuträglich für ihn viele, mehrere Traditionen und Geschichten zu haben und auch viele, mehrere Seelen, ach, in der eigenen Brust. Nicht gar keine und nicht nur eine, sondern viele. Denn die Menschen sind nicht dadurch frei, dass sie Gott kopieren, als quasi allmächtige Chefs der Weltregie oder durch unbedingte Vermögen, sondern sie sind frei durch Freiheiten im Plural, die ihnen zufallen, indem die Determinanten, die determinierend auf sie einstürmen, durch Determinantengedränge einander wechselseitig beim Determinieren behindern. Einzig dadurch, dass jede weitere Determinante den Determinationsdruck jeder anderen einschränkt, anhält, mildert, sind und haben Menschen ihre bescheidene, durchaus endliche, begrenzte, je eigene, individuelle Freiheit gegenüber dem Alleinzugriff einer jeden. Es ist das Lob der Buntheit, das Odo Marquardt immer wieder anstimmt. Es geht ihm um Buntheit in allen Lebensbereichen. Diese Buntheit, gerade sie, ist die menschliche Freiheitschance. Es ist diejenige Freiheitsmöglichkeit, die die Lehre von der Gewaltenteilung zur Geltung bringt. Denn die politische Freiheitswirkung der politischen Gewaltenteilung ist nur ein spezieller Fall der Freiheitswirkung der allgemeinen Buntheit der Wirklichkeit. Musik So etwas wie ein Hauptwerk hat Odo Marquardt, der leichtfüßige Antisystematiker, nie vorgelegt. Es gibt keinen dicken, gewichtigen Wälzer aus seiner philosophischen Werkstatt. Nein, Marquardts Texte liegen so gut wie ausschließlich in Essayform vor. Vor allem in derzeit neun, herrlich zu lesenden Essaybändchen im Reklamverlag. Odo Marquardt, der Meister der kleinen Form. Dieses sich von einem Hauptwerk distanzieren hat sicher auch mit seiner skeptischen Grundeinstellung zu tun. Eine skeptische Grundeinstellung, die eben die Möglichkeit der Kondensierung von Philosophie in einem Hauptwerk problematisiert und immer auf dem Vorläufigen beharrt. Andere Geistesarbeiter mögen, wenn es um ihre bevorzugten Philosophieorte geht, den Hörsaal vielleicht auch eine Regentonne namhaft machen. Odo Marquardt nennt das Badezimmer. Früher habe ich besonders gern gedacht und mir ist besonders viel eingefallen, wenn ich in der Badewanne lag. Es passiert aber auch beim Spazierengehen, beim Durchwandern von Wäldern, aber auch, was ich sehr gerne mag, beim Durchwandern von Warenhäusern. Da gibt es gewisse Ähnlichkeiten. Man verschwindet sozusagen in der anonymen Masse zugleich, entweder von Bäumen oder von Menschen. Und dabei ist man sehr entlastet, relaxed würde man auf Neudeutsch sagen. Und da fällt einem durchaus was ein. Dass er so keine großen, dicken Bücher geschrieben hat, hängt nicht nur mit dem Misstrauen gegen große Würfe zusammen, sondern es hat auch arbeitstechnische Gründe. Er ist einfach nicht der Mann, der dicke, lange Bücher schreiben möchte. Zu seinem Naturell passen eben die Miniaturen und auch sie kreisen ja um einen Grundgedanken, um Grundideen, die sich dann auch hätten in einem Gesamtwerk zusammenfassen lassen, mit viel mehr Belegstellen, als er sie letztendlich geliefert hat. Aber dafür war er dann auch letztendlich schlicht zu faul, würde ich jetzt mal sagen. Das war ihm dann zu viel Arbeit, diese ganze Zitationsarbeit zu leisten. Odo Marquardt zu faul? Darf man so sprechen? Wird der Meisterdenker aus Gießen da nicht böse? Franz Josef Wetz beruhigt. Er hat zum Teil sogar ein kokettes Verhältnis zu seiner Faulheit entwickelt. In der Kürze liegt die Würze. Für Odo Marquardt ist es auch ein Akt der Höflichkeit, sich knapp zu fassen, wie Andreas Urs Sommer betont. Er versucht die Lebens- und Lesezeit seiner Leser nicht über Gebühr zu strapazieren. Er schildert das gelegentlich auch als sozusagen Tribut, den er zollen muss. Eben wenn er die Leute schon mit Philosophie belästigt, es doch dann wenigstens auf plantierte und kurze Weise zu tun und nicht mit tausend Seitenwälzern, die ohnehin niemand in seiner endlichen Lebenszeit tatsächlich bewältigen kann. Odo Marquardt gehört ganz sicher zu jenen Philosophen, die schreiben können und die bewusst Wert darauf legen, nicht nur Argumente mehr oder weniger logisch konsistent und trocken abfolgen zu lassen, sondern die wissen, dass sozusagen nicht nur der Salz, sondern vielleicht sogar die Substanz der Philosophie auch in ihrer Form liegt. In seinem Aufsatz »Abschied vom Prinzipiellen« schreibt Marquardt zum Thema Stil »Ich meine, dass man in der Philosophie dauerhafteren Umgang nur mit solchen Gedanken suchen sollte, die man auch in schweren Lebenslagen noch bemerkt und mit denen man es notfalls ein Leben lang aushalten kann. Das schliesst, wie ich vor allem bei Kierkegaard und Heine lernte, die Suche nach der leichten und pointierten Formulierung nicht aus, sondern gerade ein. Dadurch fand ich zu meinem Genre, zur Transzendental-Belletristik. Seine Selbstcharakterisierung als »Transzendental-Belletrist« ist nur eines von vielen Aperçus, die Odo Marquardt berühmt gemacht haben. Wer an solchen Miniaturen arbeitet, wo geschliffen wird, wo sozusagen so Sprachjuwelen herausgearbeitet werden, der wird dann keine tausendseitigen Bände verfassen. Die Autoren tausendseitiger Bände, die schreiben ihre Texte runter. Jemand, der einen Text komponiert, wie eine Sonate oder eine Symphonie, der wird im Grunde dann doch nur kleinere Texte, kürzere Texte verfassen können. Und darauf hat er immer sehr viel Wert gelegt. Der Stil, der Schöne bei Marquardt ist nicht nur ein Mittel, sondern ist in gewisser Weise auch der Zweck dieses Philosophierens. Entsprechend gibt man für einige Seiten Marquardt gerne ein paar tausend Seiten von anderen philosophierenden Kollegen her. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Odo Marquardt hat seine Philosophie auch in der Auseinandersetzung mit der 68er-Bewegung geschärft. Einer Bewegung, der er anfangs durchaus aufgeschlossen gegenübergestanden war. Ich war unentschieden zunächst und ich habe dann überlegt, wo läuft das hin? Und dort setzt die Skepsis ein, nicht? Und die Skepsis sagte, Vorsicht, dieser, der Tendenz nach Marxismus, versucht die bürgerliche Welt zu negieren. Und das schien mir nicht wünschenswert. Immer wieder hat Marquardt die 68er und ihre Wacht am Nein, wie er es nannte, kritisiert. Was er den Apo-Revolutzern und ihren Nachfolgerinnen und Nachfolgern vorwarf, lässt sich in einigen Schlagworten zusammenfassen. Zu viel Verbissenheit, zu viel dogmatische Welterlösung, Sehnsucht, zu wenig Humor. Ähnliche Vorbehalte hegte Marquardt in den 80er-Jahren auch gegen die Grün- und Ökologiebewegung. Damals liess er sich, horribile Dictu, sogar zu einem öffentlichen Plädoyer für die Kernenergie hinreißen. In seinem Essayband »Skepsis in der Moderne« erklärt Odo Marquardt das so. Ich habe die Tendenz, Überdramatisierungen der gegenwärtigen Geschichtssituation zu ernüchtern und zu mildern. Darum sage ich häufiger, der Weltlauf sei, trotz allem, mehr Nicht-Krise als Krise. Die Vorstellung, jetzt ist der absolute Augenblick, in dem die Menschheit gerettet werden muss, und die Zuspitzung der Gegenwart zur großen Entscheidungsgrenz-Situation zwischen allem und nichts, das geht mir viel zu weit. Ich bin gegen den großen Außerordentlichkeitsbedarf. Auch im Negativen, die Menschen haben schon genug Probleme. Linken Ideologien stand er ebenso kritisch gegenüber wie den rechten Ideologien und hat seine eigene Philosophie als eine Philosophie der Bürgerlichkeit verstanden und dann zum Beispiel in den 80er-Jahren vehement für die Kernkraft sich ausgesprochen, weil er allen politischen Untergangsvisionen sehr, sehr skeptisch einmal mehr gegenüberstand. Er hat nicht geglaubt, dass politische Apokalyptik etwas ist, was tatsächlich zur Verbesserung der Lebensverhältnisse führt. Im politischen Spektrum der Bundesrepublik Deutschland. Wo würde der Philosoph Franz Josef Wetz seinen Lehrer Odo Marquardt da verorten? Ja, ich würde ihn so beschreiben als einen wertkonservativen Philosophen mit liberaler Gesinnung, mit liberaler Ausrichtung. Also so ein liberal-konservativer, müsste man sagen. Konservativ versteht er ja in erster Linie zahntechnisch, wie er es gerne formuliert hat. Die konservative Behandlung beim Zahnarzt heißt, wir erhalten den Zahn. Es gibt also keine Operation ohne konservative Behandlung, nicht? Und dieser Begriff des Konservativen ist der, der für mich leitend ist. Er sagte immer, konservativ wäre für ihn einfach nur erstmal im Sinne von bewahren. Man sollte die bewährten Traditionen, Institutionen, Konventionen, Üblichkeiten, man sollte sie nicht ohne weiteres aufs Spiel setzen, weil wir nicht so viele Möglichkeiten haben, in diesem kurzen Leben immer wieder von vorne anzufangen, sondern wir müssen immer wieder auch an das anknüpfen, was ist. Aber er hat in dieser Position dann doch eine starke liberale Ausrichtung. Er ist dann doch auch offen für vieles andere. Er empfiehlt ja dann auch nicht die einen Werte, sondern er plädiert ja dann immer auch für die Buntheit, für viele Werte und auch für den Streit in der öffentlichen Debatte. Er ist also ein leidenschaftlicher Verfechter der parlamentarischen Demokratie, in der ja auch dann verschiedene Werte aufeinander prasseln. Also es ist im Grunde eine bewahrende Position, die sich aber nicht verschließt vor Neuem. Von den linksgewirkten Theorien der Frankfurter Schule und anderen Neomarxismen hat sich Odo Marquardt bei allem Respekt für ihre philosophischen Leistungen ebenso distanziert wie von der rechten Heideckerei, die in Deutschland nach dem Krieg heftig ins Kraut schoss. Odo Marquardt, ein Philosoph der Mitte? Ich denke schon, dass er ein Philosoph der Mitte ist. Andreas Urs Sommer, Professor für Philosophie an der Universität Freiburg. Eine Mitte, die, wenn Sie so wollen, auch eine Mitte des Zufalls sein muss. Nicht nur eine Mitte im aristotelischen Sinne als Mitte zwischen Extremen, sondern auch eine Mitte, die eben sich den jeweiligen Gegebenheiten anpasst, was man ihm wiederum auch vorgeworfen hat. Er hat, wie Sie sagen, versucht Distanz zu halten zu Ideologien links und rechts, aber auch zu prägenden Philosophien links und rechts, was Heidegger angeht. So hat er zum einen die heideggersche Betonung der Historizität des Menschen, damit der Zufallsgebundenheit menschlicher Existenz hochgeschätzt. Andererseits steht er dem heideggerschen Jargon als Versuch, die Selbstunsicherheit der Philosophie unsichtbar zu machen. Sehr kritisch gegenüber. Also Philosoph der Mitte, als ein Philosoph, der sich nicht auf Letztes festlegen will, ist er sicher gewesen, zumindest in den letzten, sagen wir mal, 40 Jahren seines Denkens. Die Geschichtsphilosophen haben die Welt nur verschieden verändert. Es kommt aber darauf an, sie zu verschonen. Eines von vielen Bonbons, mit denen Odo Marquard bekannt geworden ist. Viele marquardsche Stellungnahmen kennzeichnet ein tief empfundenes Misstrauen gegen manichäische Erlösungsentwürfe. Die Verantwortung zu übernehmen für dies und das in der Welt, das ist unmenschenmöglich. Aber die Verantwortung für die ganze Welt zu übernehmen, das ist nicht menschenmöglich. Nach dem Tod Gottes habe der Mensch sich selber Absolutheitsansprüche angemaßt, beklagt Odo Marquardt. Mit verhängnisvollen Folgen, denn als Träger absoluter Ansprüche ist der Mensch überfordert. Wo man sich modern nicht mehr darauf verlassen mag, dass die Teilhabe an Gott, dem Menschen Absolutheit, absolut gutes Handeln und absolut wahres Wissen, also absolut richtiges Leben garantiert, muss die Absolutmachung des Menschen zunehmend auf den Menschen selber gegründet werden, auf seine Freiheit, seine eigene absolute Wahl. Dass dabei im deutschen Idealismus, im Marxismus, vor allem die deutsche Philosophie, der Vorreiter wurde, ist plausibel durch Plessners Thesen zur verspäteten Nation, die verzögerte Liberalität im Realen, wird kompensiert durch Absolutheit im Philosophischen. So kommt es, auch weil Gott als mäßigende Größe philosophisch zunehmend ausfällt, gerade modern in Fortführung der von mir zitierten Sartre-Formel im Sinne des Programms seiner Absolutmachung zur Definition des Menschen als der absoluten Wahl, die er ist. Die Menschen sollen also sein oder werden absolut. Indessen, die Menschen sind nicht absolut, sondern endlich. Sie wissen nicht, jedenfalls überwiegend nicht, absolut. Sie handeln nicht, jedenfalls überwiegend nicht, absolut. Sie leben und wählen ihr Leben nicht, jedenfalls überwiegend nicht, absolut. Denn sie müssen sterben. Mit Heidegger zu reden, sie sind zum Tode, ihr Leben ist befristet, vita brevis. Für die absolute Wahl ist das Menschenleben zu kurz. Die Menschen haben einfach nicht genug Zeit, das, was sie zufälligerweise schon sind, absolut zu wählen oder abzuwählen und statt seiner etwas ganz anderes und Neues zu wählen oder gar absolut zu wählen. Die verhängnisvolle Absolutmachung des Menschen, die dessen Unvollkommenheit ignoriert? Diese Absolutmachung ortet Odo Marquardt bei so unterschiedlichen Denkern wie Platon, Fichte, Hegel, Marx und bei den Philosophen der Frankfurter Schule. Man fragt mich zuweilen, wer genau war und ist es denn nun, der dieses Programm der Absolutmachung des Menschen vertreten hat und vertritt. Marquardt nennen sie Ross und Reiter. Nun, ein kurzer Vortrag kann sich nicht auf Fragen der Philologie, der Platon-Philologie, der Augustinus-Philologie, der Descartes-Philologie, der Fichte-Philologie, der Marx, der Apel- und Habermas-Philologie und so fort einlassen. Auch gebietet es der Takt, Philosophen, je moderner, je mehr, die Überzeugung zu gestatten, sie seien nicht gemeint. Im Übrigen ist man hier nicht bei armen Leuten. Notfalls erfinde ich mir den deutschen Idealismus einschließlich des Marxismus und Neomarxismus selber. Kurzum, die Frage der Zurechnung des Programms der Absolutmachung des Menschen, sie ist ein weites Feld. An große geschichtsphilosophische Entwürfe, wie sie etwa Hegel und Marx vorgelegt haben, glaubt Odo Marquardt nicht mehr. In seinem Essay-Band »Skepsis in der Moderne« schreibt er, »Geschichte ist nicht die Aktion nach einem großen Plan, sondern ein Gewimmel von Handlungswiderfahrenis gemischen. Sie besteht aus Aktionen und Kontingenzen. An den großen geschichtsphilosophischen Plan glaube ich in der Tat nicht. Er bringt mehr Unglück als Glück. Partielle Pläne sind hingegen wichtig. Und umso besser, je mehr Individualität dabei zum Zug kommt.« Auch an Geschichte als Fortschrittsgeschichte vermag Odo Marquardt nicht mehr zu glauben. Franz-Josef Wetz beschreibt den Marquardschen Blick auf die Menschheitshistorie so. »Es gibt gewisse Fortschritte in der Ermöglichung der Daseinsbewältigung, das heißt auf technologischem Gebiet, auf medizinischem Gebiet. Es gibt auch gewisse Fortschritte im Umgang der Menschen miteinander, das heißt im politischen Bereich. Also als Verfechter der parlamentarischen Demokratie würde er hier auch einen großen Fortschritt sehen. Aber insgesamt vertritt er nun doch keine Fortschrittstheorie der Geschichte, keine Geschichtsphilosophie, sondern dort ist er dann doch stärker verwandt den Historisten, für die ja im Grunde jede Epoche sozusagen ihren Eigenwert hat. Da wären Grundzeugen für seine Position sicherlich weniger Hegel oder noch weniger Marx als vielmehr solche Denker wie Leopold Ranke oder Jakob Burkhardt, die alle einen historistischen Standpunkt vertraten, wonach eben es keinen echten Fortschritt in einem emphatischen Sinne in der Geschichte gibt, sondern eben Epochen aufeinander folgen, die alle ihre jeweiligen Probleme haben, die dann wieder weitergetragen werden, aber nicht in einem metaphysischen Sinne hier ein Entwicklungsgedanke zu beobachten wäre. Kurzum, Odo Marquardt sieht die Geschichte der Menschheit weder wie die Linke als Fortschritts, noch wie die Rechte als Verfallsgeschichte. Er schreibt, Ich plädiere dafür, den utopisch-empathischen Fortschrittsgedanken der Geschichtsphilosophie zu mildern, durch den Gedanken einer endlichkeitsfähigen, nicht grössenwahnsinnigen Pluralität von Fortschritten. Odo Marquardt hat kein Problem damit, als bürgerlicher Philosoph apostrophiert zu werden. Im Gegenteil, er betrachtet es als Auszeichnung, mit dem Epitheton bürgerlich bedacht zu werden. Zu einer Philosophie, die auf sich hält, scheint in unserer Weltgegend und Zeit zu gehören, dass sie gegen das Bürgerliche ist. Herrschende Lehre wurde und ist, was ich hier nennen werde, die Verweigerung der Bürgerlichkeit. Ausgemacht scheint zu sein, Bürgerlichkeit ist schlimm, Verweigerung der Bürgerlichkeit ist gut. Seit Anfang der 1970er Jahre habe ich versucht, diese Position zu verlassen und zu bestreiten. Ich bin also der Meinung, dass die bürgerliche Tradition, die ja historisch gesehen aus der Antike kommt, dass diese bürgerliche Tradition die derzeit wünschenswerteste unserer Möglichkeiten ist. Jede andere Möglichkeit, darüber hinaus zu gehen, würde nicht wünschenswert sein. In einem programmatischen Aufsatz mit dem Titel Mut zur Bürgerlichkeit hat Odo Marquardt festgehalten, was genau er unter bürgerlich versteht. Dabei verwende ich einen weiten Begriff des Bürgerlichen. Erstens, der Bürger als freies und gleiches Mitglied der Bürgerwelt der Polis ist der individuelle Mensch, der selbstbestimmt für sich und seine Mitbürger einsteht. Zweitens, ich vernachlässige absichtlich die Unterscheidung zwischen Citoyen und Bourgeois, denn der Bourgeois erwirtschaftet jene Subsistenzmittel, ohne die der mündige Citoyen nicht selbstbestimmt leben kann. Drittens, zur bürgerlichen Welt gehört nicht nur die Emanzipation des dritten Standes, sondern auch der Vorgang, dass der vierte Stand, das Proletariat, sich in den dritten Stand auflöst. Das ist im Gegensatz zu jener Ausbürgerung des Proletariats, die die Verelendungstheorie des Marxismus prognostizierte, die Einbürgerung des Proletariers, die die reformistische Arbeiterbewegung entscheidend mitbewirkt hat, die darum eine prägende Kraft der bürgerlichen Welt ist, vor allem auch der Bundesrepublik. Die Bundesrepublik ist keine misslungene Revolution, sondern eine gelungene Demokratie, und zwar, weil sie eine bürgerliche Republik ist. Man muss ihre Bürgerlichkeit verteidigen, gerade wegen des Individuums. Denn es steht nicht deswegen schlimm in der Welt, weil es zu viel, sondern deswegen, weil es zu wenig bürgerliche Gesellschaft in ihr gibt. Aus diesem Bekenntnis zur bürgerlichen Gesellschaft resultiert zwangsläufig das Lob der politischen Mitte, auch bei Odo Marquardt. Die Apologie der Bürgerlichkeit verteidigt die Mitte, auch und gerade die politische Mitte. Denn die liberale Bürgerwelt bevorzugt, gut aristotelisch, das mittlere gegenüber dem Extremen, die kleinen Verbesserungen gegenüber der großen Infragestellung, das alltägliche gegenüber dem Moratorium des Alltags. Sie bevorzugt das geregelte gegenüber dem Erhabenen, die Ironie gegenüber dem Radikalismus, die Geschäftsordnung gegenüber dem Charisma, das Normale gegenüber dem Enormen, kurzum, die Bürgerlichkeit gegenüber ihrer Verweigerung. So ist die bürgerliche Welt nicht sehr aufregend, ein wenig langweilig und reichlich allzu menschlich. Darum gibt es die, denen die ganze bürgerliche Richtung nicht passt, weil sie den Ausserordentlichkeitsbedarf der radikalen Weltverbesserer nicht deckt. Aber deren Appetit auf Ausserordentlichkeitslagen, auf den Ausnahmezustand, ist unvernünftig. Vernünftig ist, wer den Ausnahmezustand vermeidet. Ja, das heißt, es ist erstmal ein Bekenntnis zur parlamentarischen Demokratie. Das ist erstmal ganz klar. Dann ist es aber tatsächlich auch ein Bekenntnis zu den traditionellen Werten, wie wir sie so in unserer Gesellschaft antreffen, wie sie teilweise in Frage gestellt sind. Also damit meine ich so das Bekenntnis zur Familie, zur Treue, zur Ehe und vielem anderen mehr. Das, was man Kultur des bürgerlichen Anstands nennen könnte. Da ist er wenig revolutionär, wenig Aussteiger, wenig 68er. Dort ist er wirklich ein Traditionalist. Und in diesem Sinne ist das Bürgerliche eben halt auch zu verstehen bei ihm. Aber immer wieder mit einer liberalen Einstellung, immer wieder mit einer liberalen Haltung, auch immer wieder offen für das andere und verständig für das andere. Aber letztendlich im Kern und wenn man es mit einem Wort beschreiben sollte, dann ist es wirklich das Bekenntnis zur parlamentarischen Demokratie mit ihren Grundwerten, wie wir sie jetzt seit dem Zweiten Weltkrieg eben haben. Konrad Paul Lissmann hebt noch einen anderen Aspekt des marquatschen Bürgerlichkeitsbegriffs hervor. Wenn man jetzt das Bürgerliche als philosophische Kategorie nehmen wollte, bei Odo Marquard, dann müsste man unterstreichen, dass er von der These ausgeht, dass im Grunde jeder Mensch schon in eine bestimmte Welt, in eine bestimmte Kultur, in eine bestimmte Tradition, in eine bestimmte Sprache, in eine bestimmte moralische Verfasstheit hineingeboren wird. In dieser aufwächst, in dieser erst einmal lebt. Das heißt, man könnte sagen, es ist so ein bestimmter Grundzug bei Odo Marquard zu sehen, mal davon auszugehen, dass das, was ist, nicht das Allerschlechteste ist. Denn wer ist das Allerschlechteste, wäre es nicht mehr. Veränderungen, Revolutionen, Kritik, Transformationen, Neuerungen, welcher Art auch immer, politischer, sozialer, auch technologischer Natur, sind nach Odo Marquard rechtfertigungsbedürftig. Nicht das Bestehende muss sich rechtfertigen angesichts des Neuen, sondern das Neue muss sich rechtfertigen angesichts des Bestehenden, muss erst nachweisen, dass es tatsächlich besser ist. Und ich denke, das ist wirklich eine Form von bürgerlichem Denken, auch in dem Sinne, was man mit Bürgerlichkeit assoziiert, eine bestimmte Behaglichkeit, des sich Eingerichtethabens in dieser Welt. Eine Behaglichkeit, die man nur verlässt und aufgibt, wenn es wirklich notwendig und wenn es wirklich einsichtig ist und nicht aus Jux und Tollerei. Wir brauchen den Sinn für Usancen, schreibt Odo Marquard in seinem Essayband Apologie des Zufälligen. Auch sie müssen nicht erst gefunden werden, sondern sind immer schon da. Als Sitten, als Üblichkeiten und Traditionen werden sie gerade modern unverzichtbar. Denn je mehr sich dauernd alles ändert, umso mehr braucht man Lebensroutinen, die durch Usancen gesteuert sind, als das, was man macht, weil man es immer schon so gemacht hat. Je schwerer die Lebenslage, desto größer der Routinebedarf. Ohne diese vorhandenen Üblichkeiten, Traditionen, Sitten, Usancen des Wissens und Handelns können wir nicht leben. Sie sind mit oder ohne Programm der Absolutmachung des Menschen nicht zu umgehen. Sie sind unvermeidlich. Die Wahl, die wir sind, wird getragen durch sie als die Nichtwahl, die wir sind. Zukunft braucht Herkunft, Wahl braucht Üblichkeiten. In ihrem anti-utopischen Pragmatismus ist die Marquardt'sche Philosophie ein wirksames Gegengift gegen Hysterisierungen aller Art. Die Welt ist mehr Nicht-Krise als Krise. Sie ist gewiss nicht der Himmel auf Erden, aber auch nicht die Hölle auf Erden, sondern die Erde auf Erden. und Schäupte von semaines wieder еро Odo Marquardt, der heitere Skeptiker, singt das Loblied der Buntheit und des philosophischen Relativismus. Das gefällt nicht allen. Manch ein Kritiker hat den Gießener Philosophen charakterisiert als einen, der den Konservativismus in Deutschland fit für die Postmoderne gemacht habe. Odo Marquardt will das für sich nicht gelten lassen, denn die Postmoderne gäbe es gar nicht, notiert er. Diesen Schuh ziehe ich mir nicht an. Ich habe schon 1986 einen Text geschrieben mit der These, nach der Postmoderne kommt die Moderne. Die Postmoderne ist keine Epoche. Marquardt würde den Begriff der Postmoderne vermutlich insgesamt ablehnen wollen als eine adäquate Beschreibung, sei es von philosophischen Richtungen, sei es der Gegenwart. Meint der in Freiburg lehrende Philosoph Andreas Urs Sommer. Aber die Marquardt'schen Grundpositionen erinnern in vielem Frappant an gewisse Prinzipien der Postmoderne, wie sie Gianni Vattimo, Jean-François Lyotard oder auch Umberto Eco formuliert haben. Zum Beispiel die Ablehnung geschlossener Großtheorien und das Lob des Pluralismus. Also gerade mit der Betonung der Vielheit, der Buntheit, der Ablehnung von Prinzipiellem, dem Absoluten, dem Einheitlichen, dem Geschlossenen. Wenn das etwas Postmodernes ist, dann ist er sicherlich postmodern. Er selber würde diesen Begriff nicht auf sich beziehen. Die Postmoderne ist ja auch selbst wieder so heterogen. Also ich würde sagen, seine Philosophie hat dann auch weniger Berührungen jetzt beispielsweise mit Derrida oder mit Foucault. Das kann ich jetzt auch nicht so wirklich erkennen, aber vielleicht dann wieder eher Berührungen mit Richard Rorty oder mit Vattimo, dem italienischen Philosophen. Die Dekonstruktion eines Derrida, damit kann er nicht so sehr viel anfangen. Foucault, das ist ihm auch alles zu anarchisch. Aber Rorty, den schätzt er sehr und Richard Rorty schätzt er auch Marquardt sehr. Und ich weiß auch, dass Vattimo ihn schätzt und umgekehrt eben auch. Das sind so Ansätze, die haben eine starke Berührung. Wenn man die auch postmodern nennen möchte, dann ist er postmodern. Aber vielleicht sollte man trotzdem auf diesen Begriff verzichten, zumal er jetzt auch gerade wieder außer Mode gekommen ist. Also eher eine spätmoderne oder eine andere moderne. Ob postmodern oder spätmodern, als Erbe der klassischen Aufklärung versteht Odo Marquardt sich in jedem Fall. In seinem Essay »Zeitalter der Weltfremdheit« schreibt der Philosoph. Wir brauchen das Festhalten der Aufklärung. Sie ist jene Modernitätstradition, die als Wille zur Mündigkeit, den Mut zur Nüchternheit, zur Routine macht. Odo Marquardt, soweit ich das sagen kann, sieht sich einerseits selber in dieser Tradition der Aufklärung. Auf der anderen Seite ist er natürlich auch vor allem diesen Pathos der Aufklärung, dass jetzt die Herrschaft der Vernunft antritt. Und dass an die Stelle von Mythen, von Religionen, von Irrationalismen, von falschen Weltbildern das einzig richtige, klare Weltbild der wissenschaftlich geschärften Vernunft treten wird, Dem steht er skeptisch gegenüber. Für die Aufklärung ist ja sozusagen charakteristisch auch ein bisschen, wir räumen alles zur Seite und wir fangen von vorne an. So Descartes oder Kantsch oder wie auch immer. Und das würde er jetzt wieder nicht für gültig befinden, sondern er würde sagen, wir müssen die Aufklärung auch darüber aufklären, dass wir nicht so zu einem prinzipiellen, einen archimedischen Punkt im Denken haben, von dem wir aus philosophieren können, von dem wir aus Gebäude aufbauen können, sondern wir leben immer nur in Provisorien. Wir leben immer nur in Vorübergänglichem, in Fragmentarischen. Einen zentralen Stellenwert in der Philosophie Odo Marquardts hat das Erzählen. Der Mensch ist für Marquardt das erzählende Tier. Die Menschen oder was ein Mensch sei und was viele Menschen zusammen sind, das könne man nur dadurch im Grunde klären, dass man seine Geschichten erzähle. Jetzt kann man fragen, was sind eigentlich Geschichten? Und meine Antwort, Geschichten sind Handlungswiderfahrnis-Gemische. Narrare nezesse est, postuliert Odo Marquardt in seinem Essay-Band Philosophie des stattdessen. Wir Menschen müssen erzählen. Das war so und bleibt so. Denn wir Menschen sind unsere Geschichten. Und Geschichten muss man erzählen. Jeder Mensch ist der, der und so weiter. Und wer er genauer hin ist, sagen immer nur Geschichten. Kolumbus ist der, der Amerika entdeckt hat. Rotkäppchen ist die, die vom Wolf gefressen wurde. Odysseus ist der, der 20 Jahre für die Heimkehr aus Troja brauchte. Menschen sind die, die. Wer auf das Erzählen verzichtet, verzichtet auf seine Geschichten. Wer auf seine Geschichten verzichtet, verzichtet auf sich selber. Die Marquardt'sche Präferenz für das Erzählen hängt sicher mit seinen Vorbehalten gegenüber einer festlegenden Begriffssprache zusammen. Eine festlegende Begriffssprache, die für sich in Anspruch nimmt, philosophisch, traditionell für sich in Anspruch nimmt, eben mehr zu sein als bloße Erzählung. Die Erzählung als Modus hat es immer eben auch mit der Kontingenz zu tun. Wenn Menschen geschichtenerzählende Wesen sind, sind es Wesen, die sich selbst nie definitiv auf den Begriff bringen können, sondern sich selbst in diesen Erzählungen immer wieder neu erfinden. Im Übrigen ist auch das ein Motiv, das Marquardt mit der philosophischen Postmoderne verbindet, aber etwa auch mit Richard Rorty, dem amerikanischen pragmatistischen Philosophen, dessen Nähe zu Marquardt an vielen Stellen ganz offensichtlich ist. Das Erzählen ist eigentlich nicht auszurotten. Und wenn man es versucht, indem man eben Begriffssprachen festsetzt, die nicht erzählend zu sein scheinen, die von der Kontingenz nicht berührt zu sein scheinen, dann taucht das Erzählen unverhofft an anderer Stelle wieder auf. Und das Erzählen durchdringt dann gewissermaßen den Absolutzeitsanspruch von begriffssprachlichen Annäherungen an die Welt und an die menschliche Existenz. Odo Marquardt ist nicht nur ein profunder Theoretiker des Erzählens. Er vermag auch dem Thema Altern bedenkenswerte Einsichten abzugewinnen. Zum 85. Geburtstag des Gießener Philosophen hat sein Schüler Franz-Josef Wetz im Reklamverlag ein schönes Bändchen mit Marquardt-Texten zum Thema Endlichkeitsphilosophisches herausgegeben. Er hat dem Thema Altern zunächst ein Jahr mal etwas Positives abgerungen. Es gibt einige Texte, in denen er sagt, was das Alter ausmacht, ist, dass man von Illusionen befreit wird. Man hat ja keine Zukunft mehr und Illusionen werden immer auf die Zukunft projiziert. Und wenn man alt ist, dann steht einem ja nichts mehr bevor außer dem Tod. Da ist dann nichts mehr. Und diese Nüchternheit, dieser illusionsfreie Blick zeigt einem klar, wie die Wirklichkeit an sich ist. In dem Sinne ist das Altern im Grunde eine Schule, die Wirklichkeit so zu sehen, wie sie tatsächlich ist. Unsere gewisseste Zukunft ist unser Tod, hält Odo Marquardt in seinem Essay-Band Endlichkeitsphilosophisches fest. Im Alter wird diese Zukunft immer aufdringlicher. Aber der Tod ist jene Zukunft, die besiegelt, dass wir keine Zukunft mehr haben. Zum Alter der Lebensperiode des Zukunftsschwundes gehört, dass es uns aus zunehmendem Mangel an Zukunft immer schwerer fällt, Zukunftsillusionen zu entwickeln und aufrecht zu erhalten. Eine der Zukunftsillusionen ist die Endlosigkeitsillusion. Die Zeit gehe endlos weiter und wenn Zeit verstreiche, gebe es immer wieder neue. Das ist eine Illusion. Denn angesichts der Frist zum Tode ist sie endlich. Wir werden alsbald keine Zeit und keine Zukunft mehr haben. Odo Marquardt gehört in die Reihe derjenigen Philosophen, die dem Alter durchaus positive Aspekte abzugewinnen vermögen. Steht damit auch natürlich in einer alten Tradition, die bis in die Antike zurückreicht. Ich verlasse mich, je älter umso mehr, auf das eigene Verschwinden und Verklingen und kann gerade dadurch ungehemmt sehen und sagen, so ist es. Das funktioniert allerdings nicht immer ganz klaglos, wie Odo Marquardt in einem seiner Texte feststellt. Die Illusionsresistenz des Alters ist nicht ungefährdet. Die Gefahr kommt unter anderem in liebenswertester Gestalt, durch die Enkel. Die Alten wollen an der Zukunft junger Menschen teilnehmen und mit ihnen noch einmal alles vor sich haben. Deshalb kommt es so leicht zur generationsüberspringenden Kumpanei zwischen Großeltern und Enkeln, zulasten des elterlichen Realitätsprinzips. Später bedanken sich die Enkel durch Nostalgiewellen bei den Großeltern für das, was deren Generationsrolle war. Für die Verwöhnung der Enkel, die der Versuche ist, an ihrer Zukunft teilzunehmen. Um sie zu verwöhnen, stecken die Großeltern entgegen dem ja wenigstens zuweilen vernünftigen Verbot der Eltern den jungen Enkeln süße Bonbons und den älteren Enkeln süße Weltanschauungen zu. Jenes heimlich, dieses unheimlich. Die Rolle der Revoltierkreise, etwa Herbert Marcuses als Anfeuerer der Studentenbewegung, war dafür nur ein Beispiel. Ein anderes Beispiel war der alte Karl Schmitt, der das Gespräch gerade mit den Jungen, damals auch mit mir, suchte, um bei ihnen als der präsent zu sein, der er gern gewesen wäre. Das alles ist der Versuch durch die Enkel, als Mitläufer ihrer Aufgeregtheiten, jene Zukunft zu haben, die man selber nicht mehr hat. Einige der Marcquatschen Texte zum Thema Altwerden sind bereits älteren Datums. Inzwischen, mit Mitte 80, hat sich der Blick des Philosophen auf die Dinge erheblich verdüstert, wie Franz Josef Wetz berichtet. Unter dem Eindruck zahlreicher Gebrechen, die er mittlerweile hat, hat er einen gewissen Alterspessimismus mittlerweile entwickelt, indem er sagt, das Alter ist nichts Schönes. Die Perspektiven, die es eröffnet, sind äußerst dürftig. Es ist ein schweres Los, wenn man sehr alt wird. Dabei muss man feststellen, Alter und Alter sind zweierlei. Mit 85 steht man vor anderen Herausforderungen als mit 65. Franz Josef Wetz differenziert. In der heutigen Zeit ist ja der Begriff des Alters eben auch ein sehr weit gedehnter Begriff. Wir müssen ja, dadurch, dass die Menschen länger älter werden und die Medizin die Menschen länger am Leben erhält, müssen wir ja das Alter einteilen, eigentlich in drei Phasen. Es gibt die Zeit nach dem Ruhestand, in dem die frühen Senioren plötzlich ihre freie Zeit wie lange Sommerferien empfinden. Plötzlich Reisen unternehmen und die Generation jetzt, die jetzt älter wird, ist ja auch noch gut berentet, sage ich mal. Sie können Reisen unternehmen, sie können vieles noch unternehmen, weil sie auch noch körperlich vital sind. Dann gibt es eine zweite Phase im Alter, in dem sozusagen der Radius enger wird, in dem man nicht mehr so die Welt reisen, die Dreckingtouren unternehmen kann, in dem dann schon einige Gebrechen dann auftreten, in denen man sich auch nicht mehr erlaubt, so ohne weiteres ins Ausland zu fahren. Man merkt es, es geht noch alles ganz gut, aber es wird schon weniger. Und dann gibt es eben die dritte Phase und die dritte Phase ist eben, in dem dann die Gebrechen überhand nehmen. Und das muss man jetzt hier auch wirklich sehr deutlich sagen. Herr Marquardt ist eigentlich in dieser dritten Phase sehr stabil. Es geht ihm auch verhältnismäßig gut, aber mit seinen Gebrechen, die ihm nur noch wenig Raum geben, sich zu entfalten. Und darunter leidet er sichtlich, auch wenn er darin stabil ist. Dabei muss der hochbetagte Odo Marquardt auf die Tröstungen der Religion, zumal der christlichen, als mit allen Wassern der Religionskritik gewaschener Skeptiker, verzichten. Seine Frau ist ja eine gläubige Protestantin. Sie kommt aus einem Pfarrhaus. Er selber würde sich so jetzt nicht sehen wollen. Sein Verhältnis zur Religion ist, glaube ich, am besten charakterisiert mit wohlwollend gleichgültig. Er bekämpft nicht das Christentum. Er hat dazu ein wohlwollendes Verhältnis. Er sieht auch die Errungenschaften. Aber er selber ist kein praktizierender Christ. Sein Glaube ist abhandengekommen durch die gescheiterte Theodizee. Theodizee ist ja der Versuch der Rechtfertigung Gottes angesichts der Übel in der Welt. So sagte er mir mal und sagte, die Theodizee wäre für ihn so ein Stolperstein, der ihm den Weg gewissermaßen zum Glauben mittlerweile verbaut habe. Darüber hinaus kommt dann wieder ein typisch Marquardt'sche zweite Sichtweise zu dem Ganzen, indem er sagte, er wäre für die Auseinandersetzung mit Religion und sich mit Glaubensfragen zu befassen, dafür wäre er nun auch einfach zu faul, sagt er nun auch selbst. Also für religiösen Trost, so hat er es selbst formuliert, für religiösen Trost sei er zu faul. Sich damit auseinanderzusetzen, da hätte er jetzt keine Lust mehr. Und so schreibt Odo Marquardt in seinem Essay-Band Endlichkeitsphilosophisches. Was kommt eigentlich? Diese Frage muss gestellt werden, nachdem die Zukunft schwindet. Was kommt nach dem Verlust der Zukunft, die der Tod ist? Die Auferstehungsmythologie des Christentums, dem ich sonst anhänge, spricht allenthalben von Auferweckung und Erwachen. Ich aber schlafe gern. Meine Weltabwehr absolviere ich nicht durch philosophische Kritik, sondern durch Schlafen. Meine Leidenschaft, abgesehen vom Verfassen solcher Texte, meine Leidenschaft ist das Schlafen in all seinen Formen, als Mitternachtsschlaf, als möglichst früher Abendschlaf, als langdauernder Morgenschlaf und vor allem und ausgedehnt als Mittagsschlaf. Ich hoffe und vertraue auf einen Gott, der mich nach meinem Tode nicht auferweckt, sondern schlafen lässt. Lob der Skepsis Der Philosoph Odo Marquardt und die Rettung des Bürgerlichen von Günther Keindlsdorfer Sprecher Alexander Czernik Redaktion Elisabeth Nöstlinger Nächsten Mittwoch gestaltet Michael Reitz ein Salzburger Nachtstudio zum Thema Biopolitik, Herrschaft oder Hilfe? Zu Wort kommt unter anderem der Berliner Philosoph Volker Gerhardt. Seine Aktualität hat der Begriff natürlich bekommen mit der sogenannten biotechnologischen Revolution. Und das wirft ganz neue ethische Fragen auf. Biopolitik, Herrschaft oder Hilfe? Nächsten Mittwoch im Salzburger Nachtstudio ab 21.01 Uhr.